hallo leute willkommen zu meinem neuen video in dieser ich sag mal ausgabe wollte ich euch mal meine homepage vorstellen und zwar heißt die laut base laut base.de.tl im übrigen der punkt hier oben ist wegen dem adblocker den habe ich noch mal ist hier ein kleiner werbetext und hier den link für den adblocker kann ich euch für google chrome und internet explorer zumindest unten in die beschreibung setzen und ja wie der name schon teils verrät also insider kennen sich aus laut base laut wegen laut fm und zwar ist das ein webcast oder webradio anbieter der verschiedenen leuten die möglichkeit bietet ein webradio zu machen und naja ich habe die besten radios von laut fm und auch eine kleine ausnahme und zwar big fm auf meiner homepage und zwar ist das eine webradio promos seite mit den besten webradios bei laut base mal ein kleines beispiel was ist denn hier ein gutes beispiel homepage radio da sitzt gleich noch den link für die homepage zu denen in die beschreibung und wir können ja mal kurz reinhören ja auf jeden fall das beweist es ich habe nur die professionellsten und besten webradios bei der webcaste radios am start ich definiere es einfach mal so sie spielen die beste munke aktuelle sachen und auch die charts ein beispiel gebe ich noch oder vielleicht sogar noch ein zweites und zwar chart radio der beste sound im netz da tue ich gleich auch noch in die beschreibung den link packen können wir auch mal kurz reinhören ist auch ein süß guter sender und ja man hört es ja auf jeden fall ich biete euch mit der homepage schon einiges ich würde mich freuen wenn ihr mich mal besuchen kommen würdet und wenn ihr vielleicht sogar einen gästebuch eintrag hinterlassen würdet man sieht auch hier sind einige sehr zufrieden und ja ich freue mich auf euch und hier mal ja kleiner überblick über das team ich kevin inhaber webmaster ist klar Markus und Mustafa auf jeden fall wir drei freuen uns wenn du oder ihr auf die homepage kommt und uns mal besucht lasst auch einen gästebucheintrag da und viel spaß noch auf youtube מה an eigentlich in